Musik Ich hab gestartet zu spät Warte auf mich It's too late, Ali und Ali, meine Lieben, Freunde Meine Damen und Herren, ich herzlich zu einer neuen Folge von Let's LOL begrüßen Mit dabei hab ich den Heavy Hallo und herzlich willkommen zu LOL Das erste Mal nach meiner großen Krankheitspause Denn er hatte einen Wurm im Gehirn Oh mein Gott Nein, ich hatte eine Entzündung im Hals Ist fast das gleiche Ja, total Ich bin doch, Junge Hey, gut, ich hab 60 FPS mit Dextry Ich weiß zwar nicht, warum ich das nicht schon immer hab, aber gut, lieber später als nie Lang kein Läumen mehr gespielt, muss ich sagen Lange Warum mach ich nur 40? Achso, ich renne da ja Ich renne da auch weg, mir grad mal auf Ups La 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 Patrick, du hast auch ne gescheite Grafikkarte Ich zock grad mit ne Office Grafikkarte Office Oh mein Gott So unglaublich Bald kommt mein Tahiti LE Chip Und dann, dann rock ich Dann rockest du Hei ame, Mumu, bitte zum falschen Buff gelaufen Ich dir mein Lätschens geben Wo ist am Munde? Töten Ach die in Wäden, schnell, die in Wäden In Wäden, oh mein Gott Ja, ich erste Stimme jetzt, wie ich lebe 27, ich spiele ich schon mit level 30ern und sind voll die pros du spielst schon immer mit level 30ern mein lieber vor allem Chokav, der hier ganz allein herum rumsteht ja das passt, der ist ja top lane, der soll top lane bleiben das passt schon oh Patrick was einmal spaß noch oh mein Gott close the gates and if they hear cookies, open it a little I've closed the gates nein, nicht getroffen oh, viel ist so geil ich habe von uns selbst gespielt und das Solo und da kommt nachher ein Solo von Jürgen ich liebe das Lied also ich habe jetzt die Weddingsmusik von Approaching Nirvana wenn du willst, kann ich dir beide die Musik von uns auch mal schicken, ne? ok, gerne aber heute höre ich Approaching Nirvana ich habe den Buff gestankt Link, Link in der Beschreibung richtig geiger Kanal sollte dir auf jeden Fall mal ach Ari, f*** dich bei ihm in der Beschreibung, also nicht bei mir also sucht bei mir nicht, ihr findet nichts außer EA, KST Beats, Dadalik und LOL also von denen habe ich meine Musik und mich findet ihr in seiner Videobeschreibung auch noch sucht nach mir ach stimmt, gut, das hatte ich jetzt ganz vergessen, danke da war ja noch jemand und Patrick, ich werde dich jetzt in meiner Videobeschreibung nicht mehr mit größter Cheater ever ich danke dir für diese unglaubliche Ehre nicht mehr getrollt zu werden das ist so toll boom, und Ari hat kein Mana ich habe keine Ahnung, was das eine mit dem anderen zu tun hat ich wollte gerade auch fragen, was hat es damit zu tun oh nein, ich habe nicht den Film geguckt, sondern die legendäre Fernsehserie gibt es denn eine Fernsehserie? ja, auf ORF1 oh mein Gott, ich bin Österreicher scheiß Österreicher, nein Patrick ich mag Österreich, der kommt Adolf her Jürgen hat Battlefield nur wegen uns Österreichern Jürgen war damals noch nicht mal 16, wo er Battlefield gekauft hat also hat ihm das in Österreich kaufen auch nicht viel gebracht so lange gibt es Battlefield schon? Battlefield gibt es bestimmt schon 2, 3, 4 Jahre 3, 4 und 2, 3 höchstens ich glaube, das hat er sich in der 7. Klasse geholt, also 7. Klasse komm jetzt in die Ahl oh Junge, Ari, nervt mich nicht wir haben 3 Viertel 12, du darfst mich erst ab 12 nerven nochmal, ich hab 12 ja, da, da, da ist dann ihr neuer Tag, neue Nerven, neues Glück alles wieder gut und mich juckt's am Arm ich kann mich nicht konzentrieren oh, guck mal das dachte ich, du sagst was anderes mit AR was Timo Jungle ich mein, what the fuck ich mein, what the fuck ich mein, what the fuck Timo Jungle ja, aber what the fuck Timo im Jungle das ist fast schon wie Timo im Jungle also echt hart, muss ich schon sagen oh, Ari mach mich nicht geil also das haben sie hier gepäfft, jetzt macht sie die jetzt verzaubert sie sie und macht sie nicht mehr geil nein ja ja, Ari Tja da konnte ich jetzt nix machen dat war der Timo of Doom ach schade, was ist denn da weg ja dann bisschen Glas mit meinem Flänschen das ich werd's selber dann gleich mal mitprobieren auch wenn ich eigentlich nicht so der Mitländer bin ne, aber da könnt ihr euch vielleicht nächstes Game sogar schon drauf freuen ich bin der Mitländer du bist noch nicht mal Level 30 du bist, du bist Plastik 5 shut up oh mein Gott, du bist Bronze 3 besser als Plastik 5 ich spiel auch 12 Monate weniger als du besser als Plastik 5 Patrick besser als du hast 14 Monate gebraucht um Bronze 3 zu werden weil ich nie Ranked spiel jetzt gucken wir mal wie lang ich brauche bis ich Ranked habe ja es kommt drauf an ob du Ranked spielst oder nicht und ich hab's eben nicht gespielt weil ich keinen Bock drauf hatte sagen die, die einfach an Ranked nicht können ich war's ok ok so ich weiß, wer am Mittwoch nicht mitspielt so ich hol Erik ist mir zu blöd so nicht spoilern bitte was ist denn am Mittwoch? ich weiß nicht, was am Mittwoch los ist da ist der hast du Freunde, Patrick? nein, hab ich nicht außer dich und du bist scheiße ach ja ach ja man sieht, wir lieben uns gegenseitig ganz ganz doll und ich hab nie gewusst es nehmen eselig was bin ich eselig? eselig 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 wir sind zu sich gezogen aber mich hat wirklich meistens weiter interessiert der große, dicke Mann Ed Patrick nennen wir ihn freundlich weise by the way, er sieht auf dem Foto mit dir wirklich gut aus also wirklich überglücklich ja, überglücklich dich zu sehen, wenn also wie Play ist also muss ich schon sagen danke du machst sie alle fröhlich die Bilder wirst du in meinem Vlog vom Montag gesehen haben den ich morgen aufnehmen weil das wir nehmen das am Sonntag auf und ich nehme den Vlog am Montag auf bei mir kommt es am Montag wenn ich es nicht verschlafen muss du darfst es nicht früher release nehmen dein Schein lass das kann ich nicht zeigen das habe ich schon hochgeladen Herr weh, das interessiert mich nicht mir egal und vor allem wenn du jetzt sagst ich bringe dein Montag für die Biest und dir dann am Dienstag kommt dann ist es total sinnlos da hast du gesagt mir egal mir egal ich bin OP ich bin best YouTuber ever ich hätte mehr Abos als Punkt Timo kommt mit Lorelove zum äh vom Jungle ich erstmal Ignite QW tot geht ja gar nix ey ich hab mehr Farm als unser ADC die Farm der ADC 36 nach 10 Minuten da geht noch mehr ich hab 40 nach 10 Minuten das ist da geht auch mehr ich hab ich hab Blue Buff oh mein Gott der war jetzt so stark weh weh und cool und die Pflanzen sind gespawnt der hat ne Pflanze die brauchen die Pflanzen kaputt geh mir nicht auf die Eier welche Eier uuuuh uuhh ihr kennt ja meinen tollen Humor tollen Humor mein tollen Humor mein tollen Humor Komm! Scheiße! Wunderfeit! 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 Ich hasse, ey! Ich hasse, ey! Ich hasse, dass... Das ist ein... So... Keine Ahnung, wie... So... Dizzy machen kann. Alter, ich könnte mich so aufregen. So lange sie meinen Tower nicht durchpusht. Ist mir alles egal. Ich habe 0,2... Oh! Fail! Ich habe gerade eben ADC 2 Lastes gesteht, weil ich gerade irgendwie voll im ADC Modus war. Ich musste mir echt mal gucken, ob man selber ADC spielen kann, weil ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja sicher kann man Cyber ADC spielen. Ich habe da nämlich irgendwie Angst vor. Warum habe ich nur 20 FPS in der Aufnahme? Weil du schlecht bist. Weil du nur PC hast. Patrick. Ja? Mein PC ist um einige stärker als Deiner. Also laber nicht. Jetzt muss ich auch noch husten unterdrücken. Krang! Ich habe gerade nur für dich gehustet, man Schatz. Oh! Derp! Ich habe mir das falsche Go-Per-5. Ich habe ja noch gar kein Go-Per-5-Item geholt. Dann kann ich das verkaufen und warte jetzt noch ganz kurz auf 5 Gold momentan das Go-Per-5-Item. Bildest dann zu irgendwas epischem aus. Und dann... Oh Junge! Wahrscheinlich zu dem oder so. Weil ich spiele ja Syrah auf... Nervlich! Weil ich spiele ja Syrah nur mit zwei ADC-Items. Also einmal mit Locken und einmal hier mit dem Stone. Und ihr haut ansonsten auf AP, weil die einfach nur AP geht. Wir haben aber auf jeden Fall... Warum? Weil ich gerade scheiße bin. Heavy! Das bist du in jedem deiner Wehe. Das sind absolut jeden. In allen Meeflaschen hochgegangen. Und... Da kommt Temo. Temo kann nix. Ich mach dem Half-Life mit meiner Kombo. Der kann nix. Kombo-Kombo. Ist er da drin? Das weiß man nicht. Oh! Gott! Da war er anscheinend. Äh... Ja. Ich hab' mal Warden. Wenn die von hier oben worden. Ein bisschen näher. Äh... Da ist er. Ich komm' mal Midlane. Oh fuck. Na, okay. Soll' ich mir Blue-Buff holen? Komm' ich um jetzt Blue-Buff. Nein, ich bin noch nicht stark genug. Ich hab erst 40 AP. Ich muss demnächst mal meine... Ähm... Ich muss demnächst mal das extra Support-Message schaffen. Für Syrah machen. Eins, drei. Junge. Wie ich wieder. Wie ich wieder. Ich hätte jetzt Ulti, ne? Ich würd ne Bamu-Hult raushauen. Komm' mal her, wir können dich hier gut gebrauchen. Ich lauf' ja schon. Ich hab' nicht so viel Mühe. Ja, kein Problem. Du weißt. Du weißt. Nix Problem, Junge. Weiß. Nix Problem, Junge. Da ist auf keinen Fall jemand drin. Wo sind sie hin? Ja, Timo ist weg. Egal. 500 Gold. Ich muss Bot. Da ist Avi. Patrick, lass mal Avi töten. Nein, ich muss Bot deffen, die Minions pushen hat. Warte mal, ich kann ihn stun für euch. Hab' ich getroffen? Natürlich nicht. Ich geh Botlane. Oh, MF ist grad weggegangen, oder? Ja, gut. Okay, dann sind wir beide Botlane und können das Lockerdeffen. Du 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 du. Da dreimen auch Rüppchens Musik geschehen. Oh, hallo Ash. Und Q. Und Pam. Und Pam. Fake. So Flanschi und Flanschi und Q. Schultz greift alles an Flanschi. Flanschi auf du Flanschi 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 Flanschi. Und MF Guard wieder. Ich hasse gern der Supporter und gern des ADCs. Du bist doch Supporter, oder? Ja klar, aber so. Oh, 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 oh. Oh, passt auf, passt auf Bot, 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 Bot. Passt auf. Temo kommt auf. Nice, das war echt gut. Hol doch die Kills ab. Hol doch die Kills ab. Das war echt gut. So, du machst jetzt ein Quadra-Kill. Die haben alles so lowlife, wenn das richtig anfällt. Komm, was machst du? Nicht sterben. Warum bist du... Greif doch Kale an. Hallo, Amumu, die ist hinter dir. Boah, so... Weil Kale stand hinter ihm. Patrick. Wenn dir von so viel gegeben wird, wie mir gerade, dann... Ja, klar, ich hab nichts gesagt, aber ich mein, Kale stand hinter Amumu. Der hat ganz klar auf Kale gehen sollen. Und du hättest echt SS schreiben können. Ich hab's zweimal gepinkt, Junge. Ja, okay. Hab ich nicht gesehen. Ähm, epische Musik. Tadadadadadada. Was ich jetzt am Geist finde, dass ich endlich auch lollitz mit äh, Dextry aufnehmen kann. Vielleicht besteht auch da eine Hoffnung für mein... Ich mach jetzt nicht im Ernst, Chogat fertig. Ja. Chogat steht... Ach, egal. Chogat steht in Tower und macht gar nichts. Warum holt er sich Guardian Angel als erstes Eis? Mal gucken, vielleicht ist ja... What the fuck? Das hat hab ich noch nie gesehen. Was macht denn der kleine Schatzi? Warum macht er so was? Ja. Chogat. Als erstes Atem Guardian Angel. Der kleine Chogat. Ja. Chogat. Blick zum Himmel. Das soll dir auch ein Herz sein. Pflanze. Du kannst Scherze machen. Pflanze. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das war mir jetzt neu. Tauer. Weg vom Tower. Soll ich babbel ulten? Patrick. Nein, nein. Ich weiß, Tower war viel wichtiger, aber die geht wieder auf die Champions, so weit nervt mich. Was dich hier alles nervt. Mich nervt Ari, welche gleich von hier kommen wird. Es ist komm... Ich habe immer noch mehr Farben wie unser ADC. Ich bin Pro-Gamer. Oh, Junge. Ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse es. Was denn? Hier von Ari, dass sie die Jams zu sich ziehen kann. Ich hasse es einfach. Ach, du meinst ihr... Oh nein, der Mumu ist ja deutsch. Was sie geil machen konnte, bevor sie gepatcht wurde. Was sie geil machen konnte, bevor sie gepatcht wurde. Oh, wow, 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 SS 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 SS. Mit Lane? Ja, wenn ich dreimal pingel und SS 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 dann... Dann... Oh, und da unten ist sie schon. Unnötig, Jabba ulti. Ja, schnell, Jabba Ulti los. Nice! Ah, nein, nein. da ich gehe setzt dort gibt mir welche normalen so mit der fliegelnden und die vorgibt mehr wird aber es ist wirklich um eine ganz andere lichter hier bleibe ich mir nötig für worts und da kommt die macht da kommt ja ich weiß dass sie mit lehnen und Gott kommt von so much sie hat mich so team was in der mir bei dem dem es war nicht für mich als es ist nicht was leider niemals doch nicht dazu Prozent ich brauche die Folge für Mittwoch Neger wir aber nicht was ich nicht traurig doch ich hasse dich doch ja, los, weiter, stell'n Tränen, schimpf' ich meine Kraft weißt du, weil ich gerade im Hintergrund kommt, weil man mit Orange ist kranken Musik und tun na, 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 na ja, wein, wein boah, die MF geht ja voll rein, ich will ja, irgendwie sind die ein bisschen Brainer auf Körpers double kill, I want to kill them all, asses mal Warte auf mich, Patrick. Achso. Da ist niemand. Da ist niemand. Mittländisch dringend. Oh! Ach, meine Ulti habe ich auf Smartcast. Kuss, KS, KS, KS. Nein, schade. Fuck. Ich habe gedacht, meine Ulti macht... Okay, ich kann meine Ulti setzen. Das wusste ich bis jetzt gar nicht. Okay. Noob am Start, sorry dafür. Ich hole mir dann zweitens ab. Der häslige Kill. Der häslige? Der häslige. Der häslige, okay. Eselig. Der häslige. Der vorliegt. Ja, häslige. Der häslige, häslige. Der häslige, häslige Kiel. Oh, ich verkack so 4 zu 6. Schein. 4 zu 6, das ist okay. Arie ist auch ein starker Champion. Er hat echt aufgegaschen. Gegen Arie war Luke's besser. gewesen. Na klar, Arie ist Luke's Counter. Äh, anderswo. Soweit ich weiß. Luke's Counter ist. Na klar, Luke's mit dem Stun. Das bringt ja ihr... Wie heißt denn das? Es ist kein... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Also bei, äh, Phil heißt es 4. Es ist kein 4, aber... Ich hab keinen Prognosen. Ich hab keinen Prognosen. Bapult. Bapult. Neiße. Weiße schweiße schweiße. Nein, ich wurde gestund. Niemand kriegt weg. Der war jetzt vielleicht ein bisschen ulkig, der fürerischer superficial. Oh, der Pilz! Der Pilz! Der Pilz! Ich hasse es hier, der Pilz. Alter. Zell lol deine Ulti. Wird ja sein können. Ich hoffe, meine Ulti ist nicht viel cool, dann glaube ich mal eine halbe minuten. Meine Art, eine Minute. Ich habe 1000 Gold, ich glaube ich gehe. Ich bin mit dem Target. Nein, 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 niemand. Okay, ich kann nichts machen. Aber den kann ich noch machen. Den habe ich aber geschehen. Ich kann mir das Item jetzt schon kaufen. Noch nicht ganz, ich brauche noch... Ich bin voll. Oh, kommt tschüss. So, jetzt kann ich noch... Ein komisches Riven kommt auf mich zu. Ein Riven? A wild Riven has appeared. Sollte mal mit der Fan nach ihr Reftschund, mit der das finde der Patrick super duper. Immer schön. Okay, heavy rastet mal wieder total aus, meine Damen und Herren. Er kriegt sich nicht mehr ein, der arme kleine Jull. Inaas, wie schreit's dir aus? Der Österreicher ist auch wahnsinnig. Österreich Raging! Ich hab eine gute Ult von dem F, muss man sagen. Ich fokuss doch an die Fass. Die Ulti war ein bisschen used, äh, äh, ich fände ein bisschen KS-ing. Ach, okay, okay. Und da ist unser lieber Freund, Tamer. Ich soll erst mal Double Buff von Röben bekommen? Nein, nur Red, sorry. Ground Control! Mit meiner Kuh vor allem. Alle meine Skills haben Ground Control, nur meine Kuh nicht. Ground Control, Kuh for the win. Es ist total Glück, seine Pilze in die Lane zu setzen. I promise you God. To Gaff schreibt, er kommt schnell. Das ist nicht gut. Nur bei Frauen. Er ist ein Mädchen. Er sieht nicht wirklich weiblich aus, wenn ich ehrlich sein darf. Oh. Hi, Ari. Okay, das wolle ich du so. Ja. So. So. Die wollte sterben. Sie durfte sterben. Ich hab 6, 6. Ich hab 4, 5. Voll der Pro Support. Nee. Best Support EU. X-Pro Support. Ich muss noch ein Sideward loswerden. Oh. Röben ist Spot. Tschüss. Ich pack das einfach zum Blue und dann geh ich. Weg da. Komische Geräusche für deinem komischen Mensch. Weg. Weg. Da kommen wir. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nein. Ich überlebe das. Nein. Nein. Ich helfe dir. Du falsch. Ich komm da weg. Ich überlebe es. Diese Frau muss vergewaltigt werden. Jetzt sofort. Best Play. Ich hab das überlebt. Nein, Miss Fortune hat 5 Farben mehr als ich. Na, krieg ich ja auch noch go per second. Dealing. Dealing. Okay, nein. Robert Tunes. Ich hab das hier. Mal. 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 So. Oh, ich hab mir grad lieber Schuhe holen sollen. Ich wollte grad Hüte sagen. Da steig ich meinen Hut. Ich hab dir meinen Hut noch gar nicht gezeigt, ne? Wo alle unterschrieben haben. Alle. Achso, wirklich alle. Aber. Du hast mir erzählt, dass so ein Hut existiert. Ja. Da hat daraus unterschrieben. Debitor. Dadcheap. Mitchell. Zips. Radha. Und Blaze. 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 Blazey. Kale gehört mir. Opa. Weg da. Boah. Nein, ich hab Kale nicht bekommen. Ich bin traurig. Ich hab Red Buff mit Six. Oh, fuck. Ich aktivier meine Lockett. Okay. Ich hätte gerne Kale bekommen. Ich bin sehr enttäuscht. Von dieser Welt. Ich möchte sterben. Bitte jetzt sofort. Bitte an die Tode Spritze. Wenn ihr hier jetzt sterben würdet, das wär so episch. Boom. Timo kommt. Soviel zu dem Thema. Was? Er... Er... Er stand noch da. Aber meine Blumen hat zu lange gebaut, um sich zu... Oh, fuck. um sich zu... ...zu... ...beramflummelenten. Oh, was seine Wehe... Ich sollte vielleicht Joker oft mal helfen. Er wird hier ein bisschen penetriert. Er ist zu groß wie der Tower. Großer Joker. Oh God. MF. Seriously. MF. Ich kann Schuhe kaufen. Man ist nicht mehr da. Der Thema. Ja. Der muss ganz schnell bei dem Verteidigen. Oh mein Gott. Mein Vater. Heady wieder mal an komische Geräusche tun. Bum. Hunderttreffer. Das ist jetzt mehr als nicht. Das ist... Das ist kompottlich. мясxx. Missxx missx x3 Ja, okay, ich glaube, dass ich so weit hin gekommen wird. Ich paut auch mal ein Wort rein. Dann sehe ich sie. Ach, die Läfte. Ah, da ist schon Riven. Okay. Riven kommt auch noch. Riven kommt auch noch. Das ist ja auch ein Timo. Riven kommt auch noch. Bei ADCs spricht Patrick halt aus Erfahrung. Ja, da muss ich sagen. Ich bin ein Pro, aber bei ADCs kenne ich mich für dich ein bisschen aus. Ja, ich weiß. Du spielst fast nur ADCs. Ja, ich spiele ADCs und Support. Also einfach allgemein Botlane. Ich spiele mit Lane. Warum bleiben die eigentlich immer stehen? Nachdem sie das getan haben, ich bleibe jetzt erst mal stehen. Ne, ich muss mich jetzt ausrufen. Meine Maus hat Abklingzeit. Nach dem Motto, weißt du? Ähm, Ari kommt euch tüten. Ich komme, ich komme, ich komme. Wer stürt hier? Pst. Wer stürt hier? Hey, Timo. Tja. Geh' ich doch nochmal hier helfen. O'ne my way to the bot. Hier haben wir gerade kein Lied. Medium wird geladen. My way to the bot. und kauf ich mir in der sache genau da wollte ich mir ja das medium wird kaufen wir das mit der pek öffnen ich weiß gar nicht warum gerade kein lied kommt natürlich mal wieder liebe ks tabitz dass der lover zu der extern an stahl ein arie crisis erst ein kreis Tobi, das ist Steponia! Kass depp jetzt! Diese Ulti! Oh mein Gott, diese Ulti! Flash Waste! Meine Pflanzen mögen dich! Los, komm Kale! Komm zu mir, mein Pflanzen! Ja, los, komm hier! Oh, fuck! Weitwort! Woll! Also jetzt, nein! Jetzt fühle ich mich beleidigt, nein! Ich lass mich doch kein dreckiges Flo schimpfen! Wo sieht dieses Video, das weißt du schon, oder? Hallo Flo! Schöne Grüße! Hast du ihn auch ganz, ganz lieb? Oh ja, richtig stören, du! Oh ja! Ich mag es, wenn er meinen Rücken marschiert! Oh geil! Du bist ganz horny, ne? Ja! Das ist jetzt so ein komischer österreichischer pervers Begriff Ja, mein Leben geht er österreichisch schlecht für uns alle, es sollte ausgelöscht werden! Können wir mal aufhören, Temo zu finden? Das ist nicht gesund! Junge! Temo zu finden ist eine ganz, ganz böse Sache! Ich hab' noch keinen Last! Ich hab' 111 Faden! Ich geh' Ari töten! Darfst du das? Du schaffst das nicht! Hm, nein, aber fast! Ja, damit das, dass ich Support bin, hab' ich da ziemlich viel Schaden gekloppt! Der hatte noch 700 Leben oder 600, und ich bin Support-Dish! Top-Lane, also! Ich wollte ja eine Bot-Diffen, aber mir hat's ja niemand für den nicht gehalten, zu helfen, ihr Babus! Ich mach' Strecken! Ich mach' Strecken! B... C... Continue with Bart! Jaja, Bart's kommen wieder! Bart's sind grad' ausverkauft! Ich könnte mir nochmal einen Pink holen! Pink-Wart gib'n mir! Dankeschön! Mikro kurz hör'n, weil ich mich grad' anders hingesetzt hab' So, besser! Weißt du, wie im F da einfach nur rumdirbt und nochmal stirbt? Ich sterb' auch grad! Ja gut, aber du stirbst nicht 1 gegen 1 Riven-Jungle! Ah, Ari dived! Oder? Er ist fertig! Nächste Runde geh' ich mal im F ADC und zeig' ich mal, wie das gemacht wird meinen Zuschauern! Und deinen Zuschauern! Oh Junge, macht Ari Schaden! Scheiße! Wie die Riven, Dao 1, B��! Dao 1! Ja, sind gar... Dao 1! Wir werden nicht surrender'n! Warte, wir surrender'n! Dann ist die Folge kürzer und deutlich zu hochladen! Pff, das war'n Spaß, Bartisch! oh nein jetzt hatte sich ja also das was ich meine findet hier schon nicht über uns haben wir kennen es wird man sich eigentlich nur noch auf kate dem der passiven das ist per kate ins passiv ist alle alle sechs auto text hast du ein headshot der doppelt soviel schaben macht und würde uns herrigkeit macht dass du teilweise 23 schüsse auf einmal schießt das heißt auf deutsch die passiv wird deutlich verkürzt weil du mehrere auto-attacks mit einem mal macht logisch ich sterbe jetzt wahrscheinlich johu gleichzeitige freude über den lief ich werde mal mit linken und sogar der große mensch er hat gesteckt er ist groß so groß wie meinten was auf 8 und eine runde war ich habe nicht nur also ich dachte ein halbes nach dem wach oben wenn du gesagt er machte die und du bist aber nicht mit mf das war der team auf dem und ich habe mit damit ich habe mit meinem scherben geredet alter was da er spielt er spielt gut okay er hat auch noch kein infinity edge aber die dafür static schifte und werfen kriegen aber mf mf 40 mf 40 infinity edge gg nach 40 minuten that's the way you play adc lieber ich alle zählen ich bin nach mf und schick alle weg das nicht ich spiele scheiße ich habe sieben zu nerven das einzige was mich raushalt ist mein fahr das wird niemals online niemals bei heavy der geht noch ich könnte mir jungen und sie alt ich habe dich auch gern schätzer an der hässliche österreichische mutter weil tostbrot ich weiß es genau da ist der hässliche ich könnte mal weg machen machen bestimmt die sind da irgendwo ich will kein suizid machen die baron patrick ist tot oh ja ich hab mir ganz ganz tolle putt gemacht ja jetzt ganz ganz tolle putt gemacht ja ja mal wieder hier große sprachliche ergüsse von syd-alp aus der beste deutsch meine beste deutsche frugel sagte der österreichische noob muss ich das auch noch rausschneiden warum denn ich lade sie nicht hoch also aber du kannst ja trotzdem rausschneiden und rennen du kannst die folge ja rennen und danach löschen einfach so blaze hat ja in dem video mal gesagt man soll zwei let's plays aufnehmen und dann löschen das hat er von das hat er von radamund geklaut aber es ist noch besser und das ist jetzt der tipp für die richtigen wenn man gar nicht erst anfangen verändert und dann löschen warte war wie ich die erst fast bekommen hätte ich einfach nur weg weg er braucht wort ich muss schaden machen ich geb mir dieses item aber ich muss sagen wir hatten lange keine folge wo wir verloren haben ich hatte lange keine folge mehr wo ich verloren habe das muss ich sagen ja auf jeden fall eine nette folge und dann tschüss 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 BAUM